Hörer mich! Niederhals! Versichern! Herr Winkler, gestehen Sie derjenige zu sein, uns die Ofenkäse-Diät abgebrochen zu haben? Niederhals! 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 Nun gut. Wenn Sie diese Anschuldigungen nicht widerlegen können, müssen wir die Knaststaffel einleiten. Letzten Endes bin ich nicht derjenige, der hier die ganze Scheiße baut, und dann macht ihr euch auch mal über den Satz lustig, ich bin nicht derjenige. Ja, wenn ich nicht der... Wenn ihr diejenige seid... Wenn ihr nicht diejenigen seid... Ruhe im Saal! Das Gericht hat entschieden und nun wird das Urteil verkündet. Rainer mit AI wird zu zwei Jahren Haft verurteilt. Wie bitte? Ich bin jetzt dein Entzuhörensohn! Und die Hete tanzen! Tanzen! Ich bin jetzt dein Entzuhörensohn! Tanzen! Wird zu zwei Jahren Haft verurteilt. Tanzen! Tanzen! Ich bin jetzt dein Entzuhörensohn! Ich bin jetzt dein Entzuhörensohn! Das ist immer das Schlimmste, wenn die Leute dann immer schreiben von wegen Ehrenmann und so weiter. Am liebsten würde ich irgendetwas machen. Irgendwie eine Art, keine Ahnung, um es mal besser auszudrücken, wenn wir das richtige Ort fällt, irgendwie einen Zauberbrücken, damit alle begreifen. Rainer gibt jetzt endlich Aru! Also passt mal auf. Ich habe mir das jetzt jahrelang angeschaut. Der Narzissmus der Hater ist echt grenzenlos. Ist ja schon mal aufgefallen, dass die Hater seit Monaten die ganze Zeit rumlabern und rumjammern und rumbeulen. Die Hater wissen offensichtlich schon, dass ich im Knast lande. Also mal abgesehen von diesem ganzen Zeug, was hier rumgebeulen wird und rumgelabern und rumgejammert. Ich glaube nicht, dass ich im Knast lande. Rainer mit AI wird zu zwei Jahren Haft verurteilt. Du bist jetzt dein Entzuhörensohn! Tatsächlich sogar. Tanzen. Muss man wissen. Du bist dein Entzuhörensohn! Tanzen. Wird zu zwei Jahren Haft verurteilt. Tanzen. 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 Keiner감 auf. und die sind die auf hat Kamanna du